So, ich hab schon mal angefangen, kann nicht mehr weggeschneiden. Okay, 3, 2, 1, so. Okay, ich fang jetzt an, ja? Hm? Ah, dieses Spiel ist so gruselig. So, willkommen zurück zu Resident Evil 5. Wollen wir direkt durchstarten, oder wollen wir uns hier noch ein bisschen equipen? Ich verkauf erstmal unsere ganzen Schätze, die wir hier haben. Stimmt, die haben wir ja noch. Oh, das ist aber ganz schön viel, ey. Fällt mir grad auch auf. Ich sag ja, da kommt auf jeden Fall was zusammen. Alles 1.000. Halleluja. Ja, ich geh einfach mal auf Sell All, ne? Zack. Achso, den Knopf hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ach da. Was kostet 6.000? Jetzt hab ich 14.800. Ja, nice. Das ist mal Upgraden auch fix. Auf jeden Fall. Guck ich jetzt gerade mal Organize. Mein Stoff hier. So, auf jeden Fall die Pistole erstmal upgraden, wie immer. Ups. Upgrade, was können wir dann machen? Kann ich nur kritischer Treffer empfehlen. Da hab ich jetzt schon zwei solche Sterne, das ist richtig gut. Ah, das 2.000 kostet 13.000, okay. Aber jetzt hab ich noch 6.800, dann kann ich vielleicht meine, bei meiner Sniper, die würde ich öfter benutzen. Mhm. Reload. Ja, die Reload-Power auf jeden Fall, weil die brauchen Ewigkeiten zum Nachladen. Genau. Ich werd mal meine Shotgun dann verbessern, weil ich werd dich dann ja wohl mit der Sniper dann ein bisschen beschützen müssen. Firepower? Ja, ich benutze halt so bei solchen Situationen, wo es sich halt anbietet, weißt du? Ja, ja, verständlich. Das ist 20 hier. Wenn da irgend so 20 Zombies kommen, wär das auch ein bisschen blöd. Capacity wär bei dem, glaub ich, gar nicht schlecht. Dann haben wir einfach mal so. Kostet auch nicht viel. Zack. Und bisschen mehr... Ah, okay. Bisschen mehr Firepower vielleicht noch. Kostet auch nicht so viel. Zack. So. Gut. Ich hab mich dann ein bisschen abgegradet. Jo, bei mir genauso. Dann können wir... Ich geh jetzt mal auf Ready und dann können wir mal deswegen weitermachen hier. Exakt. Dann können wir Rock-Can. Oh, warte, ich sollte vielleicht mir ne Cola-Flasche aufmachen, damit ich das nicht machen muss während ich Spiele. Ich brauche immer was zu trinken. Doll. Und ich ja bitte... Trinkst du auch so viel wie ich? Ich trinke am Tag bestimmt 3 Liter. Cheva, du weißt, wo ich bin. Ja. Kostet die Station. Nicht zu weit von hier. Seid mich. Wo erst mal dran gewöhnen wieder. Uaaaaaah. Okay. So. Oh, ich hab... Ich hab einen Kraut gefunden. Erstmal gleich wieder hier einbauen. Genau. Oh, was sehe ich hier? Ah, Munition. Toll. Ich bin voll. Ja, genannt ich sie. Hehehehehehe. Äh... Okay, wir haben zwei Türen. Aber die geht nicht auf. Dann wird das bestimmt... Ach genau, M können wir auch mal wieder drücken. Äh, die Tür ist jetzt hier. Ah ja, die Map. Ja genau, die Map. Oh. So, wir sind anscheinend hier in so einem alten Bahnhof. Ja, wollte ich grad sagen. Das sind hier doch Züge. Ich mag Züge. Die fahren aber glaubt leider nicht mehr. Schade. Ja, das glaub ich auch. Aber ich glaub wir können hier hoch. Warte, 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 warte. Hier vorne vielleicht irgendwie ne. Leider nicht. Hunde. Haben da schon Zombies? Zombies? Halleluja. Okay, diese Hunde sind definitiv nicht mehr normal. Steht da einer. Upsala. Okay. Da hat irgendwas Krawumski gemacht. Aber auf jeden Fall. Muss man nachladen? Ne, brauchen wir gar nicht. Oh. Jetzt kommen schnell wieder irgendwelche Zombies um die Ecke, die mich wieder erschrecken wollen. Ja, direkt hinter dir sofort einer. Direkt vor mir ist auch noch mal einer. Aber der hat's glaub ich hinter sich, oder? Ja, sehr schön. Oh Mann, hier ist wieder so ein Sprengding. Moment. Ich hab' weiter reingelaufen. Ja, passt doch bloß auf hinter dir kommen dann grad irgendwie noch ein paar Hunde. Ja, sind ja gar nicht viele. Das ist ja gut. Stopp. Da kommen ja noch mehr. Sterb. Wufi, mach. Wufi, Mensch. Ich bin diejenige, die dich immer vorhören. Na, also hör mal aufwärts hier, Mensch. Hunde sind auch echt das Schlimmste in diesem Spiel. Wof, 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 wof. Wo sind sie. Hier. Hier, hier! Ich war dich tot. So, lass mal nachladen hier. Ich hab' fast leergeschossen schon wieder. Kommst du mit dem paar Wufis nicht klar? Ich hatte hier gerade so ca. 6 oder so. Ja, hatte ich insgesamt glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie viele jetzt mal von hinten und vorne kamen, aber... Egal, wir haben es irgendwie überlebt, ein Glück. Ja, muss ja auch irgendwie... Hier kann man jetzt auf jeden Fall hoch, hier ist ja auch die Leiter. Ja, aber guck mal, da oben ist sogar direkt... So, da hier Zombie-Menschen oder was? Ein so ein Tier, da hier mal so ein Schmetter liegt. Ich habe immer geholfen, komm mal so frei. So haben wir aber nicht gewendet, mein Freund. Wir müssen definitiv immer so ein Kraut benutzen, weil ich bin hier gerade... Oh, warte, wie kommen wir denn da? Und ich bin am Sterb, war da noch nicht. Stirb, stirb! Ja, okay, sauber. Wie kommen wir da rüber? Achso, die hast du schon. Ja, komm mal her, ich komm mal zu dir rüber, dann lass mal so ein Kraut nehmen auf jeden Fall. Äh, warte, ich nehme einfach mal eins von mir, ja? Rot-Grünes oder ein Grünes einfach nur? Ein Rot-Grünes würde ich am besten sagen, ich bin jetzt hier wirklich kurz vorm Tod wirklich. Perfekt. Ah, perfekt. Äh, gut. Da oben liegt eine Munition, welche ist das? Jump down? Kann ich hier runter? Ah, Schotgewehr. Das ist eine für dich, das war die Grüne. Warte mal, ich maxe mal ganz kurz meine Waffe. Warte, kann ich von hier oben aus... ...snipern? Genau, du könntest... Genau, das ist glaube ich der perfekte Punkt für dich zum Snipern, dann springe ich nämlich runter. Du musst da nur rechts aufpassen, da ist noch so eine Explosion... Warte, 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 mach ich gerade mal weg. So. Ich glaube, du musst da sogar irgendwas auslösen, damit ich hier unten weiter kann. Oder ich mu... Moment, ich muss auch zu dir. Ich muss auch zu dir. Aber das bietet sich wunderbar an zum Snipern hier vorne. Ja, ich glaube, wir müssen da irgendwie in so eine... ...Minecart-Ding da rein springen, so sah das gerade aus. Warte mal, sind da irgendwo Zombies? Ich seh da nirgendwo was. Bist du überhaupt? Ich seh dich gerade gar nicht. Ich komm gerade von hinten auf dich zu. Geh du mal vor, du kannst aber noch zurückrennen. Aber du musst auf jeden Fall da vorne runter springen. Ich bleib mal kurz hier oben. Upsi. Oh, Halleluja. Bist du jetzt in so ein Micat reingesprungen? Ja. Und tschüss. Toll. Ich darf wieder hier die Drecksarbeit machen. Du, ich glaub, du musst hier auch rein. Ich renne einfach mal ganz... Ja, ich renne... Ja, man kann hier mit F rein springen, ja. Du musst hier auch rein. Warte, ich rechse mal ganz kurz meine Wache, dann gehe ich mal kurz auf die Schnellschuss. Wer weiß was hier drauf ist? Das war gut. Äh... Hä? F? Ernst du? Down? Musst du irgendwas machen? Äh, warte, ich hab ne Idee. Blup. Blup. So. Ah! Okay, I see. Wir müssen mit dem Minecart nach unten fahren. Oh Gott, was wir da unten jetzt wohl mit dem Ding machen müssen. Oh, bestimmt kommen Zombies. Nein, also in Resident Evil doch nicht. Oh. Kann dir gar keinen Sinn machen. Oh, GPS unavailable, dann mach ich das mal aus, ne? Ja, genau. Stört ja sonst oben nur. Haben wir so ne Artaschenlampe? Ne, ne? Elektrolampe, hier. Ja toll, aber einer muss die halten und kann dann nicht schießen. Ja dann, äh... Ja, mach du mal. Soll ich... Hab ich auch ne Lampe? Oder was? Ne, ich hab nur ne Lampe. Ich kann dir schön zeigen. Ja gut, dann lass mich ein bisschen vor, bitte. Mhm. Alter Schwede, alter Schwede. So ne Passagen mag ich nicht. Geh mal, Anne. Lass ihn mal... Du musst ein bisschen an mir vorbei blenden, sonst seh ich nicht, weil ich mal mit meinem eigenen Schatten das hier schön dunkel mache. Mit deinem riesen... So links oder rechts? Ach Gott, auch noch sowas. Äh... Äh... Da vorne ist rotes Kraut. Lass mal vorsichtig hingehen. Da... Warte... Das liegt ja doch wie auf dem Präsentierteller. Warte, warte, warte. Ich... Ich geh vor, ich will mich erschrecken. Okay. Irgendwas kommt. Irgendwas kommt. Nein. Warte, ich kombiniere schnell. Okay. Blende mich nicht hier, ey. Dann, dann, dann. Doch nichts passiert. Auch gut. Bitte mal nach vorne blenden. Och Gott, nein. Oh, das ist schön. Warte, ich hör was. Blende bitte. Na, ohne Momento. Warte, hier links. Irgendwas rotes, glaub ich. Ah, das bist du, okay. Ach rechts, da, ist ein Zombie. Der ist noch im Wasser. Oh Gott, jetzt... Ja. Blende einfach mal so nett, wie ich bin. Ich bin der, der hier blenden darf. Ich bin fast leer geschossen. Okay, dann fix. Warte, warte, was ist das? Das war Pistolenmütze und ich hatte gar keine mehr, deshalb. Okay, da vorne ist noch einer. Ne, da noch. Moment. Oh, ein gezielter Schuss. Ist der tot? Ja, okay. Ja, der ist tot. Und hier liegt jetzt... Äh, bitte für mich, warte, brauche ich. Da muss ich nicht, da muss ich nicht die gute Sniper jetzt nehmen. Äh, ganz kurz. Nein, warte. So, alles klar. So, rechts... Ja, von rechts. Ah! Ah, ne! Oh, ne, 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 ne. Entschuldigung. Warte, 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 warte. Sterb! Komm, komm, der Kopf! Nein! Nein! Ah, fast! Jetzt geht doch. Oh Gott! Ah, leer geschossen! Nein! Scheiße! Momentchen, ich leg mal die Lampenlampe an. Warte, warte, warte! So. Okay. So. Halleluja. Oh, hier ist noch mal Pistolenmüll zufällig. Perfekt. So, pass auf, jetzt nehme ich die Laterne. Jetzt schaffst du weiter. Warte, hier hinten... Hier sind ganz viele Fässer, doch. Wo sind eigentlich die Laternen? Die hab ich doch gerade aufgehoben. Ne, die hast du jetzt in der Hand direkt. Hier ist Munition für dich ab. Achso, Karl, ich kann nebenbei aber nicht irgendwie, äh... Ne, nebenbei kannst du jetzt nichts machen. Wir haben Blendgranaten. Ja, yippie. Blendgranaten. Soll ich mitnehmen, oder? Wenn du Platz hast, kannst du ruhig mitnehmen, aber... Ich hab Platz, warte. Lass mich doch ganz kurz einmal kurz Inventar sortieren. Äh... Ups, nein, warte. Bitte erst mal die Lampe aufnehmen, die brauch ich bitte. Danke. Nein, was mach ich denn? Ich krieg mal die falsche... Ach Gott, ich bin doch ein solches Idiot, ey. Äh... So. Mhm, mhm. Mhm, mhm. All aboard, little Buckiness. So, okay, komm. So, hippie. Jetzt, jetzt darfst du mal. Schön. Ist auch gar nicht düster hier, ganz böse. Unheimlich. Uhlala. Ich wette, bei mir kommen sowieso solche Krankensachen. Bei dir das war so zum Einspielen. Ja, natürlich. Wir können jetzt ja nochmal abwechseln. Aber das war schon gut. Ja, also bis hier, bis hier finde ich das schon ganz gut. Du kannst jetzt... Da. Oh, guten Morgen. So. Dann müssen die jetzt alle immer so ein Ding aus dem Kopf ragen. Kriege, warte. Und tschüss. Da vorne ist noch einer. Ah. Der hätte vielleicht irgendwie zerstört. Oh. Tschüss. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Der lebt immer noch, warte. Der lebt immer noch. Komm weg, hau dich weg. So. Jetzt ist er tot. Komm, löst es auf. Der lebt immer noch auf, der Typ. Ah. Ah. Ich muss doch eben kurz nachladen. Moment. Ich hau mich nochmal, bevor wir dich wegkicken. Nehme nochmal irgendwie... Nehme nochmal irgendwie... Nehme nochmal irgendwie... Nehme nochmal... So. Steakopf auch zur Sprung. Komm mal eben zu mir ran, bitte. Jo. So. Die Handgun ammo nehm ich mal, ne? Mhm. Liegt die hier noch? Ne, er muss die Handgun ammo. Ja, ja, ja. Du wieder. Dummdi dummdi dumm. Ah, Schrotgewehr. Die, die nehmen nicht. Von wo? Sechs? Von der Decke. Von der Decke. Okay. Wächst mal nichts aus dem Kopf. Ahoy! Wir haben ja heute unseren Glückstag. Warte, aber... Hier vorne ist... Okay, wir gehen einfach in beide Richtungen noch, ne? Mhm. Das ist noch Pistolen-Munition. Ja, warte. Werde ich mal eben ganz kurz ausrüsten. Nein. Nein. Falsche Taste. Schlampe. Äh... Combine. Hiermit. So. Die klau ich mir einfach mal. So, jetzt gehen wir mal... Warte, was ist denn da oben noch? Warte, warte. Einmal hier vorne und dann rechts, weil da sind noch Kisten und alles. Ah. Warte. Kisten, Kisten. Irgendwas für mich dabei noch? Oh, 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 oh. Irgendwas hat mich angesprungen. Shotgun. Was hat mich gerade hier angesprungen? Ich weiß auch nicht. Egal. So, ich glaube, ja, das führt dann hier einfach wieder zum gleichen Weg, die beiden. Nee, aber hier geht's hier vorne irgendwie, äh... Oh, 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 oh. Zum Glück hast du mich dabei. Ja. Ja, was ist da noch? Kann ich auch mal... Pistolenmunition für dich. Ja, die nehm ich mal eben mit. Mhm. So, hier vorne rechts rum, dann müsste es jetzt eigentlich weitergehen. Äh... Genau, hier. Warte, hier vorne ist noch irgendwas? Nee, von da kam er doch eben gerade. Achso, sehr gut. Dann... Ja, hier, hier kann man sich auch hochkurbeln oder sowas in der Art. Ahaha, das kann ich noch. Ja, du darfst gerne, äh, da durchgehen. Ich kurbel dir das dann mal hoch. Soll ich lieber ne Waffe in die Hand nehmen? Äh, kann ich dir empfehlen. Licht ist dann eigentlich genug. Okay, dann stelle ich dir mal eben abwärts recht ist. Mhm. Und nehm ich mal meine Pistole in die Hand. Genau. Bleib noch ein bisschen nach. Es könnte auch sein, dass ich direkt hinterher kommen kann, ich weiß das nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann dir von hier hinten jetzt nur so ein bisschen helfen. Das muss ich ja jetzt hier machen. Wuhuhuhuhu, die kommt ja bei mir hinten. Halleluja. Äh, guck du einfach nach ihrem Schalter oder sowas in der Art. Irgendwie sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht alleine sein. Äh, das sagst du mir, wo ich hier grad... Ein paar Zombies hab, die ein bisschen blöd sind. Einfach nur hinfallen. Aber nun gut. Ist das hier irgendwas? Ich suche wirklich. Gerade finde ich noch nichts. Ist doch kein Problem. Hast du grad Zombies da oder? Ne, ich bin hier jetzt grad frei. Okay, warte, dann kann ich mal vielleicht die beiden Fässer hier kurz aufmachen. Warte. Danke. Oh, hier ist Rifle-Armor, das ist eh meine. Sauber. Ach, da hinten ist es doch direkt. Ich seh's doch. Das rote da unten? Warte. Ja genau, da wo das rote ist. Da ist so ein Stab, wo du dran drehen kannst. Das hab ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Warte. Also ich glaub zumindest, dass es das ist. Äh. Ach, doch tatsächlich. Ja, den hab ich gerade gar nicht gesehen. Genau. Da ziehst du einfach mal eben hoch. Ich nehm mal die Elektro-Lampe nochmal mit. Genau. Und ich bin auch schon durch. Gut. Checkpoint. So, Kontrollpunkt. Oh, 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 oh. Oh Gott. Yippie. Sind das jetzt auch wieder nur Zombies oder was? Das sind wieder nur Zombies exakt. Gibt's eigentlich auch normale Gegner außer Zombies? Ne, ne? Nö. Sonst halt nur die Viecher, die halt aus dem... Raus kommen. Pass auf. Ich zweifle die weiter weg. Und du hilfst mir. Äh, äh. Ich beschütze dich irgendwie so ein bisschen auf dem Boden. Na? Ist ja wohl das mindeste was für dich. Wapp, 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 wapp. Okay. Na, ade, 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 ade. So. Den Kundenstück weg. Tule. Och, dem ist schon wieder irgendwann aus dem Kopf gewachsen. Oh, dem wächst das ja alles aus dem Kopf. Na, 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 na.